Ah. Achso, der hat gar keine Wasserleitungen, ne? Stimmt. Hier sind ja auch gar keine Wasserleitungen. Habe ich ja ganz vergessen. So, und außerdem müssen hier nochmal Wasserleitungen weitergeführt werden. Bis nach dort. Bis nach. Ich habe kein Geld. Ja, geh, geh, geh. Alter, wir haben schon 2019. Hui. Wir brauchen mehr Strom da oben. Wir brauchen da oben mehr Strom. Das kommt noch. Okay, dann brauchen wir... Wir müssen auf Strom sparen, eigentlich. Eigentlich müssten wir auf Strom sparen, aber wie viel kostet das jetzt, das hier zu verbinden? 800. Ja, okay, sparen wir auf die 800. Meine Käm leckt doch ein bisschen, ne? Meine Käm leckt ein bisschen, glaube ich. Ist nicht so gut. So, und dann bauen wir hier oben auf jeden Fall nochmal so einen Stromtypen hin. Wie heißt denn das? Windrad. Windrad, ne? Windrad? Windturbine. Okay, Windturbine. Dö, 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 dö. Das ist ja ganz so schlau machen hier. Eigentlich könnten wir hier oben nochmal einen hinhauen. Erstmal bauen wir hier und hier unten. Mann, meine Stadt ist... ...fast gut. So strukturiert. Mittlerweile Nachfrage nach Wohngebieten. Gar keine Nachfrage nach Gewerbegebieten. Was ist das denn? Aber hohe Nachfrage, Industrie und Büro, ey. Nichts gegen die Brände. Hat niemand in der Aussicht? Okay. Da hinten kommt nicht genug Wasser an. Das ist ja, will ich nur neue Wasser-Dings haben. Weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich da mal so ein Wasserturm hinbauen. Hm. Wäre eine Idee. Guck mal, jetzt sind die... ... jetzt sind die... ... Elektronik-Dings... ... weg. Ja, das ist abgebrannt. Das heißt, ich kann das abräumen. Okay. Wir spannen jetzt, glaube ich, echt auf die Feuerwehr. Feuerwehr ist so eine hohe Nachfrage. Gesundheit. Was ist eigentlich bei der Gesundheit? Alles fresh soweit. Hier unten. Die haben... Haben wir hier nicht... Wir haben hier doch ein Krankenhaus stehen, oder nicht? Haben wir da nicht... Es ist doch... Ja, das ist doch ein Krankenhaus. Hä? Warum kommen die da nicht hin? Alles klar. Check ich nicht. Egal. So, da ist ein Krankenhaus, da ist ein Krankenhaus, da ist ein Krankenhaus. Ich glaube... ... dann klatschen wir hier gleich nochmal ein Krankenhaus hin. Hier? Ja, hier passt es. Aber erst, nachdem wir eine neue Feuerwehr hingeklatscht haben. Weil Feuerwehr ist echt... Eieieiei. Guck mal, sie ist gar nicht geschützt. Das heißt, es kann immer zu Waldbränden kommen. Ich glaube, dann hauen wir erst mal eine Feuerwehr hier hin. Hier ist ein guter Platz, glaube ich. Da ist ein sehr, sehr guter Platz. Da oben ist nämlich abgebrannt. Schön. Sehr schön. Sparen wir auf 12.000. Sind ja nur noch... Ein bisschen. Und danach baue ich mehr Wohngebiete. Denn wie es aussieht, bringen Wohngebiete einfach viel mehr als alles andere. Wir brauchen ganz... Oh, Wohngebiete lässt nach. Ja, weil wir auch keinen Platz dafür haben. Shit. Ja, okay. Wir müssen auf jeden Fall nach dieser Feuerwehr neue Wohngebiete bauen. Wir brauchen unbedingt mehr Einwohner, damit wir mehr Geld bekommen. Vielleicht auch einfach viel mehr Industriegebiete. Ich weiß gar nicht, wie viel... Wo sind denn... Hier sind die Finanzen. Industriegebiete bringen eigentlich ganz schön gut was, ne? Gewerbegebiete gar nicht. Das heißt, wir könnten hier oben auch das Industriegebiet noch erweitern. Gucken wir gleich mal. Gucken wir gleich mal. Wir haben auf jeden Fall gleich erstmal die 12.000 zusammen. Was ist eigentlich unsere... Irgendwas war unsere Errungenschaften, konnte ich mir ansehen. Auf irgendeinem Buchstaben. Ne, das war falsch. Ah, da. Bei 5.000 Einwohnern. Wir brauchen 5.000 Einwohner. Ja, dann brauchen wir neue Wohngebiete. Jetzt aber. Jetzt aber. Komm. Yes. Super. Aber die hier oben sind immer noch nicht zufrieden. Das heißt, wir müssen hier irgendwo auch nochmal... Oh Gott, das ist alles abgebrannt. Die Stadt braucht mehr Strom. Alles klar, da müssen wir jetzt auf Strom sparen. Scheiße. Das ist alles abgebrannt. Heilige Kacke. Da müssen wir hier oben auch nochmal eine Feuerwehr hinhauen. Dann machen wir das hier hin. Hier kommt nochmal eine Feuerwehr hin später. Und da müssen wir jetzt erstmal... Ja, wir brauchen Strom. Das machen wir am besten, indem wir hier nochmal ein Strom linksen. Was ist das hier denn? Fortschrittliche Windturbine. Hm, das könnten wir auch machen natürlich. Oder Kohlekraftwerk. Oh. Starke Umweltverschmutzung und Lärmbelästigung. Ah. Wie fährt das hier in Lärmbelästigung? Oh. Deswegen. Okay, dann müssen wir glaube ich an einem Nicht-Wohngebiet die ganzen... Ach, wir müssen unsere Stadt später nochmal komplett abreißen. Und alles nochmal neu bauen, wenn wir ganz viel Geld gefarmt haben irgendwie. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Weißt du, hat die Stadt halt erstmal Stromprobleme. Wir bauen jetzt von hier aus... Erstmal bis hier. Wir haben nicht genug Geld. Wie viel kann ich denn? Bis hier kann ich. Hier. Erstmal neues Wohngebiet. Ganz viel neues Wohngebiet. Ähm. Noch mehr Wohngebiet. Noch mehr Wohngebiet. Wir brauchen halt ganz viel Wohngebiet. Damit wir halt ganz viele neue Häuser. Ganz viele neue Einwohner bekommen. Die dann hier herziehen. Wir machen Minus. Okay, wir machen wieder Plus. Und unsere Einwohnerzahl geht auch wieder hoch, wie es aussieht. Okay. Ja, mindestens bei Minus 64 von... Ja, doch, das steigt wieder. Ist... Okay. Und hier können wir eine Straße hinbauen. Super. Können wir jetzt wieder hier auch Wohngebiet machen. Müssen wir das aber auch gleich alles nochmal mit Strom versorgen. Nicht genug Geld. 1500. Okay, dann sparen wir auf die 1500. Alles klar. Okay. Dann müssten wir eigentlich... Hier unten an die... Wir müssen das eigentlich alles... Moment mal. Können wir... Wir können das ja alles verschieben. Genau. Verschieben. Was ist? Wenn wir hier eine... Wenn wir hier alles hin... Nicht genug Geld zum... Wir brauchen Geld zum Verschieben? Was? Wie viel kostet das denn? 1200. Zum Verschieben. Was? Alles klar. Das ist ein bisschen teuer. Dann reißen wir die später alles ab. Ich weiß gar nicht, ob das Geld zurückgibt oder so. Ich habe keine Ahnung. So, ähm... Können wir hier nochmal anfangen... Bis hier hinten zu ziehen erstmal. Da wo jetzt eh schon Straße ist, meine ich, können wir alles hinhauen. Aber wie es aussieht, bisher ziehen da nicht so viele Leute hin, ne? Das heißt, ist da doch... Da hinten ist was gebaut. Stimmt. Okay. Super. So. Ja, Wasser brauchen wir auch. Stimmt. Rohre brauchen wir auch. Wasserrohre bis nach dort. Und dann noch bis nach hier. 1400. Okay, 1440 kostet das. Oh, jetzt geht aber meine Cam los hier. Was ist denn mit meiner Cam los? Meine Cam stellt sich, glaube ich, um. Was die Farbe etc. angeht. Ha. Uiuiui. Okay, gleich haben wir genug... Wir haben genug Geld. Super. Okay. Äh. Was ist das eigentlich? Landschaftsbau. Stimmt, wir können hier auch noch... Ne, wir können auch noch neues Land kaufen irgendwie, ne? Was ist das? Pflasterweg. Oh. Okay. Einzigartige Gebäude. Richtlinie Y war irgendwie Land. Kaufen. 5300 könnten wir, okay. Für 5300 könnten wir neues Land kaufen. Alles klar. Ist ganz gut zu wissen. Guck mal, das könnte ich jetzt zum Beispiel auch mit dem verbinden. Warte, wir müssen das erstmal hier hinbauen. Und jetzt verbinden. So, dann haben wir das nämlich jetzt auch verbunden. Endlich mal. Dann könnten wir... Hier nochmal... Hier nochmal... Hier bauen und hier oben. Und das mit dem... Nein. Das mit dem verbinden. Moment. Moment, dann würde ich das hier einmal kurz wegmachen. Kann ich das jetzt verbinden? Mach ich das halt so. Das bis hier hin. Und mit dem verbinden. Und hier brauchen wir auch noch Strom irgendwie, zumindest. Wäre vom Vorteil. Ich brauche überall Strom. Ich will überall Strom haben. Ja, dann komme ich hier hin. Ist alles verbunden miteinander. Genau. Super geil. Guck mal, das hier hat alles nur noch keine Verbindung. Das müssen wir später noch machen. Mal gucken, wie wir das machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bis hier hin... Dann könnte ich noch... Hier ein bisschen weiter bauen. Dann hier die Straße runterführen lassen. Eigentlich würde ich hier die Straße runterführen lassen. Nicht genug Geld, genau. Wieso haben wir Pause? Oh, leil. Wieso hatten wir auf Pause? Vor allem, wie lange hatten wir schon auf Pause? Oh, unsere Einwohner sind schon um 2000 gestiegen. Ist schon mal eine gute Summe. So, bis hier. Da oben sind schon wieder die ganzen Sachen abgebrannt. Halt die Schnauze. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. So, das wollen wir als Wohngebiet haben. Das hier wollen wir als Wohngebiet haben. Super. Super, super, super. So, hier könnten wir eigentlich nochmal eine Straße... ...ins Gewerbegebiet führen. Lassen. So. Moment, dann würde ich nochmal... Hier, die Straße muss ja auch nochmal verlängert werden. Dann machen wir den immer so lang. Und von hier aus... ...führt dann eine Straße bis nach hier. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber warte mal, kann man das nicht irgendwie anders machen? Nee, Moment, machen wir es mal... ...so... ...damit die Straße von hier aus diesen Knick bekommt. Genau. Das ist... ...das ist ein super Weg. Dann können wir nämlich hier noch ein bisschen Gewerbegebiet hinmachen. Genau. Zack, zack, zack. Zack, das ist alles Gewerbegebiet. Alles klar. Ich will das hier aber bitte nochmal... Oder will ich das... Na, ich lasse das als Gewerbegebiet. Ist okay. Und das hier wird Industriegebiet. Super. Denn das Industriegebiet wollten wir hier oben ja auch noch erweitern. Das heißt, wir können eigentlich auch mal... ...hier die Straße bis nach hier unten führen. Upsi. So eine Straße. Kostet 3.200. Ja, komm, die haben wir gleich zusammen. Alles okay. Komm, super. Das können wir ja hier unten auch noch angrenzen lassen im Moment. So. Und zwar hier. Ja, doch, 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 doch. Das ist super. Moment, ich wollte das so machen. Dann können wir nämlich hier... ...so eine Straße nach hier führen lassen. Alles klar. Das machen wir dann später. Haben wir hier nochmal alles... Wir machen das hier mal alles Gewerbegebiet. Äh, Industriegebiet. Wasser brauchen die hier unten natürlich auch. Richtig. Können wir die Rohre mit dem verbinden. ...lassen lassen. Super. Machen wir denn hier das Ende der Rohre da. Das muss bis nach hier hinten führen. Noch nicht. Wir können das doch erstmal nur bis hier führen lassen. Und das hier dann bis hier. Äh. Bis hier. Und damit verbinden. Für 440 noch. Alles klar. Das geht's. Das geht's. Dann können wir auch langsam mal einen Wassertank bauen und den irgendwie hier hinstellen. Hier zum Beispiel könnte der hinkommen. mit 4.000 Einwohnern mittlerweile. Schöne Sache. Ich bin überlegen. Reicht das hier eigentlich am Park? Wir könnten eigentlich nochmal... das hier unten... das hier unten... und das hier als Wohngebiet machen. Und der Rest wird dann auf der anderen Seite nochmal als Paar... Ah, 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 ah. Zugestempel. Äh, zugebaut. Mhm. So. Ja. Doch, das ist okay. Kaufen sie ein neues Land. Ja, will ich später noch machen. Was ist das eigentlich? Meilenstein. Ach, hier werden... Ah, okay. Ja, wir haben fast die 5.000 Einwohner. Das heißt, wir haben bald fast einen neuen Meilenstein erreicht. Wir müssen jetzt langsam echt Wieder die hier bauen Wir haben fast keinen Strom Eine neue Feuerwehr Wäre eigentlich auch vom Vorteil Das heißt, wir sparen darauf erstmal Wir haben jetzt erstmal genug Neues Wohngebiet erschaffen Äh, was wollte ich hier unten hinbauen? Wollte ich da unten eine Feuerwehr hinbauen? Ja, ich glaube schon Ne, warte mal Doch, hier unten wollte ich eine Feuerwehr hinhauen, genau Hier unten kommt eine Feuerwehr hin Hier sollte ich noch eine Feuerwehr hinbauen Genau, dann kann ich hier auch noch mal Eine Feuerwehr hinhauen, irgendwie Wartet mal Gebiete Passt denn Hier überhaupt irgendwo eine Feuerwehr hin? Die nimmt viel Platz weg, glaube ich, ne? Wiss ich gar nicht Dann können wir die da hinbauen, alles klar Äh, dann machen wir das nämlich so Das Gebiet kommt weg Da kommt eine Feuerwehr hin Hier kommt eine Feuerwehr hin Das wird der Sound gerade ein bisschen laut Ich habe gehört, man kann einen Radiosender irgendwie einstellen Ja, ich habe es gelesen Ach genau, und ich habe einen Namen für die Stadt Genau 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 Und zwar wollte ich meine Stadt Vetterstrich nennen Es gibt nämlich wirklich eine Stadt, die heißt Vetterstrich Es gibt wirklich eine verkackte Stadt, die heißt Vetterstrich Ich kann das eben mal raussuchen Ich habe das Bild auf dem Handy Beziehungsweise Ich weiß, was ich googeln muss Oh, ich habe die Seite sogar noch offen Perfekt Ich weiß nicht, ob man es lesen kann Ja, nicht mit dem Greenscreen Ja, GG Oh, shit Irgendwo da steht Vetterstrich Ah, verdammt Und meine Cam leckt Was ist das? Warum leckt meine Cam denn? Hä, hä Was ist das? Ha, ich hoffe, die lagten schon die ganze Zeit wahrscheinlich Shit Ich muss mal gucken, warum Meine CPU Ich weiß gar nicht, wie hoch war es meine CPU-Auslastung eigentlich Äh, das war kurz schließen Oh, 100% Warum denn das? Mensch Ähm Wow, City Skylines zieht ja viel, Alter Heilige Scheiße Ich habe das in dem Pokémon-Part schon irgendwie erwähnt Ich, ähm Wir können eine neue Feuerwehr bauen Wo haben wir es denn am nötigsten? Nein, wir bauen jetzt keine neue Feuerwehr Verdammt Wir brauchen das Ähm Ja, ich habe mir eine neue CPU Und eine neue Mh Neues Motherboard bestellt So, Strom ist wieder Ja, Strom ist wieder okay Äh, ja, neue CPU Und ein neues Motherboard bestellt Ähm Muss da einfach sein Wird am Montag Also das heißt für euch Ah, gestern Haha Ich bin ja schon am Ende des zweiten Parts, ey Ähm Ja Neun Prozessor Neues Neues Motherboard Demnächst kommt auch noch ein neues Netzteil Und neues Neuer Kühler Und neue Grafikkarte vielleicht auch noch Ähm Genau, auf jeden Fall Ja Sollte Am 5. Dezember soll das ankommen Und ich hoffe mal, dann ist es auch da Wäre auf jeden Fall sehr gut Wäre auf jeden Fall Und ich hoffe mal, dann ist es auch da